Herzlich Willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Mal quer rein, aber wir sollen irgendwo nach da unten, uh, aber nicht direkt in die Lava reinfallen, bitte. Tja, ich denke mal, dass wir mit ihm noch sprechen, ah, hier. Zenoas ist einer der furchterregendsten Untergebenen von Bakunas-Nogfors. Ich weiß nicht, ob er und Jünd für ihren Herren zusammenarbeiten oder ob sie um seine Anerkennung betteifern. Wonach sollte ich im Kerker suchen? Klingenträger würden sich niemals von euch entdecken lassen. Verschwendet daher keine Zeit darauf, nach ihnen zu suchen. Sucht lieber nach Informationen über diese Maschine der Sterblichen, die meine Speer überhaupt dorthin gelockt hat. Ich werde nach meinen Kühen suchen. Wo kann ich euch finden, wenn ich etwas Nützliches entdecke? Ihr erschöpft mich mit all diesen Fragen. Sind alle Sterblichen so? Unsicher? Es gibt ein Speerlager nördlich von Zenoas-Kerker. Ich werde euch dort erwarten, aber trödelt nicht. Meine Geduld ist äußerst knapp bemessen. Ich werde am Fuß der nördlichen Steilwand nach euch suchen, sobald ich hier fertig bin. Xivilei sind rücksichtslose Kreaturen. Sie verlassen sich auf wildes Gefühl und rohe Kraft, anstelle von Können und Strategie. Gefährlich für die Schwachen oder Unvorsichtigen. Ihr seid noch hier. War ich nicht bestimmt genug in meiner Warnung? Zu welchen Klaben gehört Zyonas? Zyonas. Zivilei sind nur selten an einen Clan gebunden. Manchmal arbeiten sie zusammen, doch das ist nie von Dauer. Sie sind hochmütig und nehmen ungern Befehle entgegen. Nur die mächtigsten dädrischen Fürsten können ihren Gehorsam erzwingen. So wie Fürst Dagon. Warum haltet ihr so wenig von Sterblichen? Die wenigen, die ich gesehen habe, sind töricht, schwach oder verrückt. Es gibt kein Bündnis mit solchen Kreaturen, aus denen mein Clan einen Gewinn ziehen könnte. Manche Tremora erkennen einen Wert darin, das Treiben von euresgleichen zu studieren. Doch ich nicht. Warum nennt ihr sie Lürand, die Narrentöterin? Das ist der Name ihres Clans. Daher ist sie für mich, Lürand, die Narrentöterin. So wie ich Rönkius, der Klingenträger, bin. Habt ihr keine klaren Namen, wo ihr herkommt? Lürand macht mir Sorgen. Ich kann nicht erkennen, was sie in dieser Sache wirklich vorhat. Ihr traut Lürand nicht? Lürands Neugier führt sie zwielichtige Pferde hinunter. Ihr unziemliches Interesse an euch hat sie herabgesetzt. Nein, das ist ungerecht. Es hat sie verändert. Sie ist jemand, vor dem man sich hüten muss. Das gilt für Sterbliche ebenso sehr wie für Tremora. Vergesst das nicht. Das klingt, als würdet ihr nicht viel von Xivilei halten. Ihr deutet da zu viel hinein. Es ist nicht so, dass ich die Xivilei mag oder nicht mag. Sie sind schwierige Verbündete. Undiszipliniert. Sie wechseln schnell den Kurs, wenn sie die Laune packt. Man kann ihre Ziele nicht erraten, weil sie sie selbst nicht kennen. Anscheinend ähneln sie da sehr den Sterblichen. Bleibt wachsam, Sterbliche. Ihr scheint euch gut zu schlagen. Aber Zenoas ist gefährlich. Ja. Oh, Basti ist auch mittlerweile wieder da mit einer sehr seltsamen Buse gerade. Ähm. Teso, Zenimax, was habt ihr euch dabei gedacht? Äh. Punkt Nummer 1. Oh, da möchte jemand raus. Was für eine schlecht gefertigte Runen-Krux. Ei. Ich kann dich leider nicht rauslassen. Das die Dora, an dem sie verwendet werden sollte, wird wohl fehlschlagen. Okay. Nehme ich jetzt mal so hin. Ähm. Wir müssen, glaube ich, da rüber. Habe ich da gerade nicht was gesehen hier auf der Seite? Ist doch wieder was. Ach, hier. Genau. Das nehmen wir auch mal direkt mit. So. Seine Skizze. Lasst mich raten, was das... Oh nein, das ist jetzt mal eine andere Skizze. Die machen wir mal raus. Oh, was ist jetzt? Ne, echt? Wäre ich nie drauf gekommen. Das sind ja nur unsere Erkenntnisse. So, jetzt war da gerade kurzfristig links etwas, aber hier kann ich nichts sehen. Ich hasse diese Gegenden, die so unübersichtlich sind und nach oben und nach unten reiten und überhaupt... Moment, hier... Ne, das ist jetzt der Außengereich hier. Hallo, du sollst dich drehen! Da hinten ist alles. Sind wir jetzt hierher gekommen? Bin mir gerade nicht sicher. Es sieht für mich alles gleich aus. Alles nach Tod und Zerstörung. Moment, äh? Hatte ich nicht gerade hier was leuchten sehen? Ich hasse das, wenn man keine klare Linie hat. Hier kann man noch rum. Ah! Und hier rechts war doch gerade was. Dann ist das doch oben, oder was? Hä? Moment. Ich gehe jetzt nochmal da oben hoch. Wenn ich da jemals wieder hinfinde, wer da ist, das... Moment, von hier sind wir gekommen. Hier kann man hoch. So. Und hier waren wir ja eben. Und da habe ich nämlich auch das Zeichen gesehen. Da sind wir rüber gelaufen. Und irgendwo in dieser Richtung war noch ein Zeichen. Nee, hier kann es nicht gewesen sein. Moment, hier ist es jetzt wieder. Durchsucht den Kerker. Ach, wollt ihr mich veräppeln? Oh! Also dem Zeichen kann ich nicht trauen. Das habe ich jetzt gerade gelernt. Da unten geht es nicht weiter. Da oben... Hier oben ist nichts mehr. Kann man hier noch rum? Hier geht es runter, aber... Hier geht es wieder ganz runter. War das jetzt richtig oder nicht? Oh, das ist so verwirrend hier. Aber selbst wenn ich mich jetzt hier durchkämpfen würde, würde ich auch nicht wissen, was ich jetzt hier machen soll oder wo ich hin muss. Also was ich machen soll schon, aber nicht wo ich hin muss. Da unten waren wir doch jetzt überall schon. Das ist sehr verwirrend. Und hier kleine Hinweise finden. Durchsucht den Kerker tiefer. Oder sollen wir doch da rum jetzt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Hier ist nichts... Ah! Ah! Okay, kommt her, Leute. Da habe ich nicht schon genug gelitten. Ach, der lebt noch. Basti, kümmere dich um den, damit ich hier mit dem reden kann. Mir gehört nicht zu diesen Ungeheuern. Diesen Dähtra. Diesen Quälern. Sie haben mich verhört. Sie wollten, dass ich ihnen zeige. Wie man etwas mit diesen Runen verseht. Ich versuchte, mich zu wehren. Sagt Schwester Seldina. Ich habe es versucht. Etwas mit Runen versehen? Wozu? Die Runenkrux des Kataklysten. Der Fokus seiner Macht. Diese Dähtra wollten ihren eigenen herstellen. Ich habe ihnen nicht alles gesagt. Richtet Schwester Seldina aus, dass ich nichts über das letzte Geschenk des blinden Seers verraten habe? Der blinde Seer? Ich bin ihm nie begegnet. Aber er hat den Kataklysten erfunden. Wir folgten seinen Bauplänen. Der Tag des Triumphs von Fürst Dagon rückt näher. Ich hatte gehofft, ihn zu erleben. Verdammt! Sein Nogfrost und sein Folterknecht. Der Kluftkataklyst. Wo kann ich ihn finden? Verborgen. Sicher. Nogfrost ist neidisch auf uns. Er hasst Schwester Seldina. Nogfrost hat Angst, dass Sterbliche den Triumph von Fürst Dagon ermöglichen. Anstelle von Dremora. Ja, deshalb ließ er mich foltern. Helft mir. Was braucht ihr? Schwächling! Das muss enttäuschend für seinen Peiniger gewesen sein. Tja, ich glaube, er braucht jetzt auf jeden Fall nichts mehr. Okay, da laufen sie rum. Wo muss ich? Ach, da oben muss ich hin. Ja, natürlich wieder mitten ins feindliche Gebiet. Da ist er. Moment, bevor ich mit dir spreche. Die Dogmen der Zerstörung. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. So, jetzt aber erst mal das Gespräch. Ihr habt Informationen gefunden? Vielleicht habt ihr euch am Ende doch noch als nützliche Begleitung erwiesen. Was habt ihr in Erfahrung gebracht? Zynoas versucht, die Pläne des Kults nachzuahmen. Novros will einen eigenen Kataklysten bauen. Natürlich. Vakunas Novros weigert sich zu akzeptieren, dass die sterblichen Anhänger von Meronis Dagon bald was Erfolg haben könnten, woran er gescheitert ist. Eine nützliche Erkenntnis. Was habt ihr sonst herausgefunden? Ich habe eine Zeichnung und einen Runenkrux gefunden. Und ich habe erfahren, dass ein blinder Seher den Kataklysten erfunden hat. Ein blinder Seher? Das sagt mir nichts. Noch verstehe ich die Zeichnung. Die Runenkrux aber. Das scheint schlechte Arbeit zu sein. Zynoas Mittel sind begrenzt. Ich habe auch etwas gefunden. Eine versteckte Nachricht meiner Klingenpräger. Wie jene, die ihr in Jünskis Rei gefunden habt, haben eure Speer den Kataklysten gefunden? Meine Kühen haben nur wenig erfahren, was wir noch nicht wussten. Sie warteten hier in der Hoffnung, einen Boten der erwachenden Flamme zurück zu Schwester Seldina zu verfolgen. Da sie nicht hier sind, muss das geklappt haben. Doch wir sind dem Aufspüren dieser Maschine der Sterblichen oder dem meiner Kün keinen Schritt näher gekommen. Defekte Teile. Seltsames Gekritzel. Die Erfindungen eines blinden Seers. Ich hoffe, Lyrant erfährt im Ferngrab mehr. Die Erfindungen eines blinden Seers? Interessant. Ich glaube, wir kennen seinen Namen. Elegian. Daran konnte ich mich erinnern. Lyrant half mir. Elegian? Dieser alte Irre? Er wurde in der Blutgrube eingesperrt, soweit ich weiß. Hat die, der Dörtel, gesprochen? In dieser erwärmlichen Gestalt steckt Arox, der Verstümmler, die Tarn der Zerstörung. Herrin, sprechen wir. Ja, wobei ich auch gerne mit Lyrant sprechen würde. Ich hoffe, dass man danach noch mit ihr sprechen kann. Vor gar nicht allzu langer Zeit erbebte die Blutgrube beim bloßen Gerücht meines Herannahns. Man kauerte vor mir. Dort bin ich Elegian zum ersten Mal begegnet. Er war ziemlich verrückt. Ich bin mir nicht sicher, was er euch erzählen können wird, Herrin. Was ist die Blutgrube? Und woher kennt ihr Elegian? Die Blutgrube ist ein übles Gefängnis, in dem ich einst die Aufsicht hatte. Als ich verflucht wurde, erwachte ich dort in dieser verringerten Form hinabgeworfen mit anderen, die Mironis Dagon geschmäht hatten. Dort bin ich Elegian begegnet. Er war in einem Gefängnis innerhalb des Gefängnisses weggeschlossen. Der Elendshaft. Wisst ihr, wer Elegian ist oder warum er in Haft genommen wurde? Herren, ich bin mir nicht einmal sicher, ob Elegian weiß, wer Elegian ist. Ihr werdet es schon sehen. Die Blutgrube liegt nordwestlich der Flammenwirbelfeste. Ich kann euch dort hinführen, aber die Anwesenheit mächtiger Deldra, deren treue Nicht-Fürst Dagon gilt, wird nicht unbemerkt bleiben. Nicht unbemerkt bleiben? Was meint ihr? In der Blutgrube werden treulose Deldra durch mystische Schutzzauber gefangen gehalten. Durand und die Klingenträger müssten diese Schutzzauber zerschlagen, um hineinzugelangen. Sterbliche? Mauern und Schlösser reichen aus, um euch den Weg zu versperren. Eure Dremora-Verbündeten können nicht mit uns kommen. Werden die Schutzzauber denn nicht auch euch aufhalten? Ich war dort gefangen, bevor mir die Flucht gelang. Nur um dann vom Sammler erwischt zu werden. Verdammt seien seine vielen Augen! Es ist ihnen nie gelungen, meine natürliche Immunität gegenüber diesen Schutzzaubern zu überwinden. Das hat wohl etwas mit meiner Position vor dem Fluch zu tun, könnte ich mir vorstellen. Möchte ich wissen, was ihr in der Blutgrube getan habt, bevor ihr eine D-Ratte wart? Wahrscheinlich nicht. Sterbliche sind bei so etwas empfindlich. Die Blutgrube ist ein grausamer Ort, Herrin. Fürst Dagon schickt seine Feinde dorthin, damit sie leiden. Sterbliche Gefangenen überleben dort nicht lange, es sei denn, sie sind in irgendeiner Weise von Wert. Hüpft in mein Bündel, Arox. Lasst uns aufbrechen, Herrin. Ich finde das süß. Ja, da gucken sie alle nur. Da sagt nur keiner mehr, was? Ich treffe euch an der Blutgrube. Es ist sicherer, wenn wir getrennt reisen und nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen, als unbedingt nötig. Wie half Lurand euch, euch an etwas zu erinnern? Das Interesse von Gasmut, dem Sammler an meiner Maske, brachte Lurand auf eine Idee. Anstatt zu versuchen, sie abzunehmen, unternahm sie einen Anlauf, die Verzauberung der Maske mit ihrer eigenen Magie zu unterdrücken. Was ist geschehen? Es war, als würde für einen kleinen Augenblick ein Vorhang in meinem Verstand im Wind wehen. Ich sah Elegian, einen traurigen alten Mann mit Augen, die Dinge erblickten, die kein anderer sieht. Und ich erinnerte mich an seinen Namen. Ich fürchte, das ist alles, was Lurand meinem Gedächtnis entlocken konnte. Ich verstehe. Sagt mir, ob ihr euch sonst noch an etwas erinnert. Wollt ihr nicht in die Blutgrube einbrechen und selbst mit Elegian zu sprechen? Hat Arocs recht. Meine Anwesenheit wäre im gesamten Gebiet der Blutgrube sofort offenkundig. Ich werde mich wohl auf euer Können verlassen müssen. Leider. Hallo? Die Anna-Koretin und ich werden rausfinden, was Elegian über den Kluftkataklysten weiß. Ich bin mir sicher, ihr seid in der Lage, Fragen zu stellen. Doch ihr seid beide keine Dremora und eure Befragungstechniken sind eingeschränkt. Die meisten Sterblichen haben eine Abneigung, benötigte Informationen mit der erforderlichen Dringlichkeit einzufordern. Ungeachtet dessen werde ich mich auf eure Fertigkeiten verlassen. Nun gut, das hört sich doch alles super an. Also, wir müssen zur Blutgrube, die mal wieder nicht angezeigt wird. Das ist sie nicht, das ist sie auch nicht. Ich gucke noch mal über Trick 17. Aha! Hier unten müssen wir also hin. Ich mache hier mal schon mal eine kleine Markierung. Dann würde ich allerdings sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich denke, dass das in der Blutgrube wahrscheinlich etwas länger dauern wird. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge quasi vor der Blutgrube wiedersehen und hoffentlich den Rest der Geschichte erfahren werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.